Der S.A.P. hat nie gezeigt, Verantwortung für Luxemburg zu überholen, auch nicht in der schwierigen Zeit. In der 5-Jähr-Krise brauchen wir eine neue Dynamik, um das Land zu modernisieren und im Ganzen nur viel zu bringen. Der S.A.P. hat Kompetenz, Erfahrung und der Sinn für Gerechtigkeit. Dafür hilft uns, dem Land viel zu machen für eine bessere Zukunft. Stärklich ziehen wir das ganze Land, weil alles stimmt für die S.A.P. als eine Stimme für ihre Zukunft.